Hallo alle zusammen, willkommen zu einer schnellen Runde Rocket. Ich habe heute keine Zeit zu verlieren, ich habe ein gutes Gefühl und ich könnte mich ja inzwischen ganz tief und entspannt in meinen breiten Sessel zurücklehnen und mir angucken, was die anderen da zu bieten haben, aber irgendwie glaube ich, das wird heute nichts, denn ich habe so ein Feijucken irgendwie. Das war gestern am Clubabend, habe ich richtig auf die Rübe bekommen. Eine Serie 8 zu 4, da ging irgendwie gar nichts, ständig kamen da 60 raus und ja, der eine oder andere reagiert, indem er sich ein bisschen in sein Schneckenhaus zurückzieht, nicht mehr reizt, Risiko runterfährt, aber ich habe irgendwie Lust. Also ich glaube, ich werde heute ein bisschen Gas geben hier. Das heißt natürlich nicht, dass man mit gar keiner Karte irgendwie Spiele zwingen kann, erschaffen kann mit so einem Haufen hier, Scherbenhaufen, da kann ich jetzt nur mitspielen. Auf die 33er Reizung habe ich natürlich meinen Partner versucht, mit Peak in Szene zu setzen, aber der ist gar nicht so stark, wie ich gedacht habe, der hatte nur einen Buben und gegen die Kreuzflotte des Alleinspielers war dann auch kein Ankommen. Da sind wir also mal groß und gut im Schneider geblieben. Zweites Spiel, ja, das ist dann aber schon so einer. Den Nullu-Wehr, den kann man jedenfalls reizen. Klar, die blanke Peak 9, die sollte, wenn es geht, durch eine passende Karte im Skat ersetzt werden. Idealerweise wäre das eine aus der Kreuzreihe irgendwo hier im Mittelfeld, dann ist auch kreuzdicht. Ansonsten sollte Kreuz 2, 2 stehen. Aber es kommt gar nicht so weit, denn Spieler 1 hält die 46 gefühlt mit einem Achselzucken und spielt einen Krang. Jetzt ist es hier gleich interessant, im zweiten Stich die Kreuz 9. Kein Bube wird gezogen, nichts wird sich anmerken lassen. Also irgendwie könnte es doch wohl sein, dass der Mann 3 Kreuz hat. Warum hat er sonst die Kreuz Lusche im Blatt und spielt sie vor allen Dingen im zweiten Stich aus? Dann möchte ich natürlich alle Augen rauskitzeln auf Dame und 10 mit König und Ass schnippeln, 28 plus 2 Wimmlungen. Das wären schon 50, wenn wir dann noch einen weiteren Stich machen. Könnte es geklingelt haben. Kann ja mal ein Notkrang sein bei der Reizung. Und hier, ja, ich habe schon mal recht, der Alleinspieler hat die drei Kreuzen. Mein Partner hat wohl nur den Karububen, sonst käme er nicht auf die Idee, hier einzustechen. Und jetzt bin ich doch mal gespannt. Peak 10 ganz offenbar bei meinem Partner. Ich kann jetzt schön noch die blanke Herz abschmeißen. Also das wird doch jetzt ein heißer Ritt. Ja, habe ich gedacht. Und dann klappt die Karte auf und der Alleinspieler hat Rest und hat zwei Kreuz ganz offensichtlich schon gedrückt. Mit anderen Worten, wenn er mal erst noch im zweiten Stich den Buben gezogen hätte und ich dann im dritten Stich auf die Kreuz 9 immer noch tauche, dann hätte er uns Schneider-Schwarz gespielt. So eine Keule war das. Da brauchte ich mir also mit meinem Nullouvert wohl auch wirklich gar keine Gedanken machen. Ja, schöner Start würde ich sagen. Und das ist dann mein erstes Spiel. Ah ne, doch nicht. Habe ich mich wohl verguckt. Muss ich noch ein bisschen abwarten. 96 und 120. Also sie spielen ja als ob sie ahnen, dass es hier heute was zu greifen gibt. Nun aber, Karohand. Ich habe nur einen Trumpf. Herz 10 bei der 22er Reizung. Huch, das ist ja verdächtig. Sollte da Herz Ass und Herz 7 im Stock liegen? Ich meine, mein Partner wird ja nicht mit 3 Herzen Ass 10 sieben, wird ja nicht die 10 gespielt haben. Dann hätte er das Ass gespielt. Okay, gucken wir uns mal den nächsten Stich an. Der Stich sieht irgendwie jedenfalls verdächtig aus. Ich denke erst mal Herz 10 blank. Das ist meine Vermutung. Ja, und soweit zum Thema Vermutung. Ja Gott, vielleicht hat mein Kumpel einen Rollenmobs Herz 10 Lusche und von jedem 2 hat einfach mal die 10 gespielt, ist am Stich geblieben. Ich meine, gut, die letzte Möglichkeit ist immer noch, er hat das Herz Ass selber, aber wieso sollte er dann mit nur 3 Herzen die 10 öffnen im ersten Stich? Irgendwie, er spielt jetzt auch Herz weiter und dann nicht mehr den vollen. Ich meine, der Alleinspieler hätte auch den König noch haben können. Also, nee. Ich glaube, er will die Farbe sehen, um ein blankes Peak abzuwerfen und Herz Ass im Stock. Ja, soweit zu meiner Intuition. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen das Lustige mit den maskierten Spielern. Du weißt ja überhaupt nicht, wen du am Tisch hast. Und je nach Nase hast du ja schon eine Idee, wie der eine oder andere spielt. Jeder hat so seinen eigenen Stil, auch seinen eigenen Fingerabdruck. Aber das kannst du hier natürlich überhaupt nicht sehen. Ja, also fand ich jetzt schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, es hätte nichts geändert, nachdem im zweiten Stich Herz Lusche kam, war klar, der Kreuz war weg. Aber selbst da, wenn ich es richtig gesehen habe, lag Kreuz 10 noch im Keller. Also hätten wir wahrscheinlich selbst mit offenen Karten hier höchstens dieses eine Auge vom Herz Ass mehr bekommen. Das hätte uns dann also auch noch nicht gereicht. Wobei, ich erzähle natürlich Quatsch. Logischerweise auf Herz Ass hätte ich natürlich den König schon legen können. Dann kommt die Dame und dann Farbwechsel auf Kreuz. Ja, dann hätte es doch hinhauen können. Mit offenen Karten hätten wir es wohl doch hinbekommen. Aber sei es drum, nächstes Spiel, Spiel 4. Ich habe immerhin mal 4 Volle in Vorhand, da halte ich doch mal 18. Ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich war das nur so ein Instinkt, 18 halten. Eigentlich 4 Volle, klar, halte ich mal und jetzt bist du wieder Besitzer. Und dann ist das diese Art von 18, wo du jetzt noch gar nicht so genau weißt, ob das wohl so eine gute Idee war. Also, aha, Herz Ass gefunden. Naja, das ist doch eigentlich genau das, was wir uns gewünscht haben, vielleicht auch erwartet, erhofft haben. Herz Ass oder Kreuz Ass oder Bube, aber Herz Ass, das sollte reichen. So, jetzt gibt es natürlich 1000 Möglichkeiten. Könnte den Krang spielen. Ja, 14 im Keller, sowas in der Art. Aber ich denke, ich brauche, man kann auch Herz 10 noch im Blatt halten. Dann braucht man den Doppelläufer auch, dann braucht man 5 Stiche. Das ist natürlich sehr viel, gerade wo eine Reizung unterwegs ist. Also, ich drücke ihn lieber so mit 14 runter. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn wir mal einmal durchzählen. Herz Ass läuft 25, Pik Ass läuft 36, Karo Ass und 10 müssen natürlich auch laufen. Ein Pflichtbild, die Dame 60. Ja, also wenn es gut läuft, wenn es dumm läuft, mache ich die 4 Stiche und komme trotzdem auf 60. Aber es gibt natürlich haufenweise Chancen. In Karo könnte ich den König fangen, in Herz könnte ein Bild blank stehen und in Pik könnte es die 10 sein. Und zusätzlich spiele ich eben einfach mal nicht den Krang, um noch so ein letztes bisschen Extra-Chance rauszukitzeln, sondern nur den Kreuz, denn da kann ich selber eben mit Trumpf erstmal vom Stich gehen und dann müssen die anderen erstmal antanzen. Und bei diesem Antanzen kann es ja schon mal passieren, dass aus Versehen ein Bild zu viel liegt, ein Auge mehr angeboten wird als nötig, zum Beispiel in Herz. Gut, nun komme ich in Mittelhand. Das ist natürlich nicht unbedingt für diesen Plan günstig und da kommt auch eine Herz-Lusche. Na ja, gut, also schnippeln kann ich mir jetzt natürlich nicht erlauben. Und jetzt kann ich mir, jetzt kriege ich auch das Bild leider nicht aus Hinterhand. Noch einen Trumpfzug kann ich mir natürlich jetzt auch nicht erlauben. Dann kommt womöglich Herz hinterher und es wird abgeschmissen. Also jetzt heißt es dann doch Augen zu- und durchgaloppieren. 25 liegen. Ja, starten wir mal mit Karo, würde ich sagen. 36. Jetzt wird es interessant. Ah, da ist der König auf 50. 50. Jetzt bitte nur noch einmal das Pik Ass durchwinken. Und, na siehste, war überhaupt nichts los. Keine Gefahr. Pik 10 sogar noch auf 71. Die hätte ich natürlich gar nicht mehr gebraucht. 61 wäre sogar, ja, ein bisschen spektakulärer. Letztendlich läuft es aufs Gleiche hinaus. Der Kranken wäre natürlich auch gegangen. Also ein Anschlussspiel. Ja, wenn die anderen so teure Spiele machen, Gang mit 2 Schneider, Gang mit 3 Schneider, dann muss ich mal ein Kreuz ohne 7 dagegen setzen. Und da haben wir Spiel 5. Das sieht doch wieder aus wie ein Nulluver. Ich meine Karo 10, die soll natürlich weg. Pik Ass zu viert, könnte was passieren. Kreuz 8 blank, könnte was passieren. Aber mein Gott, das muss ich wohl riskieren. 27 wird in Vorhand gereizt. Das ist ja an sich erstmal erfreulich. Dann vermute ich mal, dass schon viele Karos verteilt sind, und ich eher in meine Farben was reinfinden kann. Komm aber wieder nicht ans Spiel gegen Spieler 1. Zumindest macht es hier nicht den Eindruck. Bei 44 zögere ich mal so ein bisschen. Kleine Bedenkenspause, um meinem Partner das Pik Ass zu zeigen. Aber da bin ich dann plötzlich unerwartet bei 45 doch dran. Das ist jetzt eigentlich komisch. Hat der etwa auch Karo gereizt? Oder über Pik rüber? Also ich meine, warum haben beide Karo gereizt? Manchmal kann man es sich nicht erklären. Ist ja auch egal eigentlich. Ich nehme jetzt auf, das ist der Pik Bube. Das ist die eine passende Karte, die ich schon mal brauche, um Karo 10 zu drücken. Kreuz 10 hat er natürlich nicht ganz so gut gepasst. Aber mit einer blanken Kreuz. 8 in der Flosse. Keiner hat Kreuz gereizt. Naja, da sind wir doch wohl wohlwollend, vorsichtig, optimistisch, dass das Ding jetzt durchgeht. Da Pik, guck mal, Pik ganz harmlos. Da will jemand einen Abwurf. Ein Abwurf ist nur möglich. In Pik jedenfalls. Dann sind alle Piken weg. Und da wirft der Herz ab. Na, ist doch wunderbar. Und da kommt schon die Kreuz 7. Aufgabe, ja, Aufgabe für mich. Der Mann hat 6 Mal Kreuz in Vorhand. Ja, wie ist denn das wieder zu fassen? Mit der Kreuz 8 sofort gegriffen. Dann hätte ich ja sogar in Vorhand verloren. Mit Kreuz 8 im Aufspiel. Tja, okay. Ich würde mal sagen, die Liste will mich wohl mal wieder flaxen. Das erinnert mich ja fast ein bisschen an den gestrigen Clubabend. Da ging das auch so im Ping Pong. Eins gewonnen mit Müh und Not, dann wieder eins chancenlos verloren. Eins mit Müh und Not gewonnen, dann wieder eins völlig chancenlos verloren. Einmal gut gefunden, trotzdem verloren. Und dann nach schlechter Fündung nochmal einen auf den Helm. Na gut, mal gucken. Erstmal war das ja nun das Erste. Aber das verheißt irgendwie nichts Gutes. Erstens ist die Liste schon fast rum. Und zweitens haben die anderen schon fast beide 300 liegen. Da kann man wirklich sagen, gut, dass ich schon qualifiziert bin. Jetzt gehe ich mal in den Genießer-Modus und sage, na, ihr könnt mir gar nichts. Ihr könnt mir an die Füße fassen. Stimmt aber natürlich auch nicht. Ich habe ja noch diese kleine Seitenwette. Wenn die Jungs mich schlagen, dann muss ich auszahlen. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gemacht? Ich hatte kein gutes Aufspiel. Ich habe Herz getroffen, Stechfarbe. Nochmal rangekommen. Ich will natürlich irgendwie, wenn es ihnen geht, meine blanke Kreuz 10 gleich noch auf Trumpf loswerden. Ja, deswegen darf ich die natürlich nicht ausspielen. Ob das natürlich klappt. Jetzt nochmal eine kleine Übergabe in Herz. Ob ich... Ja, schwer zu sagen. Scheint gar nicht so groß. Ah, ist ja klar. Der Alleinspieler riecht auch. Lundes sticht schnell. Zieht seine vollen. Kreuz Ass fängt die 10. Karo Ass geht durch. Da ist er wahrscheinlich längst zu Hause. Will er mich hier noch anschmieren? Ne. König ist bei meinem Partner. Ja, wunderbar. Haben wir Rest. Aber reicht uns natürlich nicht mehr. Reicht uns nicht mehr. Hm. Tja, das ging so gut los. Das teures Spiel gewonnen. Der schöne Nullover-Ansatz. Aber irgendwie, beim Skat gibt es einfach keine Garantien. Von einer Sekunde auf die andere, bist du am Haken und dann zappelst du und willst was tun und dann kommt natürlich keine Karte. Kannst du nichts tun. Also nur Geduld und die souveränen Spiele der Mitspieler anschauen. Na gut. Der hat zweimal geschaut. Jetzt geht er natürlich auch über die Dörfer. Klar, das ist ein Fünftrümpfer nur. Also hat er neben der zweiten Kreuzluge natürlich auch noch ein Karo mit. Das klären wir direkt. Aber er hat natürlich keinen Trumpf mehr gezogen. Deswegen steht er da vermutlich in irgendeiner Art Gabel. Kriegt am Ende noch die Punkte, die ihm zum Sieg reichen. Also gut gespielt von Spieler 1. Das kann man sagen. Routiniert. So. Was haben wir denn hier? 4 Asse und eine 10. Jetzt bloß nicht, also erstmal für 18 rangekommen. Das ist gut. Meistens findest du jetzt den Billigmacher. Einen dunklen Buben, den du gar nicht haben willst. Bitte keinen Buben. Ausnahmsweise mal kein Bube. Jawoll. Das hat schon mal hingehauen. Schön 6 volle noch. Karo 10 passt ja auch. Wunderbar. Können wir also diesmal bedenkenlose Grenzen spielen. So. Da brauchen wir dann sogar nicht mal 20 drücken. Was ja klassisch wäre, wenn du 6 volle hast. Aber in dem Fall, wo Karo Ass 10 kurz ist, quasi nur die beiden. Können wir uns das sogar leisten, hier nur 15 zu drücken. In Herz sollte es den König als Pflichtbild geben. Also wir haben jetzt hier noch einen Plan B. Falls jetzt Pik 10 dann doch gestochen wird, oder Herz Ass doch gestochen wird. Dann können wir mit der Karo 10 auch noch einen 13 oder 14 Augenstich machen. Also da muss man mal ein bisschen drauf gucken. Hier langen definitiv dann die 4 Stiche, obwohl wir eben nur 15 gedrückt haben. So. Da kommt schon das Herzbild. Schnapp. Herz hatten wir zu viert. Da war die größte Gefahr, dass was anbrennt. Jetzt gucken wir nach Karo. Na das sollte doch reichen. So. Damit bin ich jetzt schon zu Hause. Und zwar stehe ich jetzt schon so weit, dass ich, wenn ich die Kreuz 10 erschnippeln kann, sogar das Spiel noch Schneider gewinne. Trotz fehlender Herz 10. Also wenn der Schnitt im Kreuz gelingt, wenn ich da die 24 Augen noch einfahre, dann wird es Schneider. Deswegen jetzt hier mal der Bluff mit der Herzdame rausgehen. Das hat auch schon mal hingehauen. Karo Bube sticht. Jetzt muss es natürlich ein bisschen glücklich laufen. Ja, das tut es hier natürlich nicht. Es kommt der letzte Karo an Bord und damit kann einer Kreuz abschmeißen. Peak wäre übrigens schön 2-2 gestanden. Aber sei es drum, die 4 Augen machen den Kohl nicht fett. Es fehlt jetzt halt noch ein Bube und nur 3 Kreuz. Weswegen jetzt der Schneider dann doch nicht mehr möglich ist. Na gut. Das wäre dann auch vielleicht sehr viel oder sehr optimistisch gewesen. So. 174. Das war ja nochmal ein Anschlusstreffer. Jetzt also am Ball bleiben. Nachsetzen. Mit einem Spiel könnte ich den ersten schon wieder überholen. Und da sind 3 Asse und 2 Buben. Und eine 10. Und für 18. Ah, das war jetzt aber natürlich Müllfindung. Definitiv Müll. Vor allen Dingen noch 2 Bilder. Und in so einem Fall willst du ja nicht unbedingt noch diese ganzen Bilder im Blatt haben, die du hinten raus abgibst. Da hast du ja lieber luschen und schnappst die Bilder von den anderen. Das können hier die entscheidenden Punkte sein. Tja, man kann natürlich auch 10 Augen kreuzdrücken. Oder sogar die Kreuz 10 im Blatt halten. Aber das ist dann sehr verwegen. Jetzt habe ich das Bild in Herz mitgedrückt. Ja, in der Hoffnung, dass ich mich mit diesen Bildern hinzähle. Und falls ich jetzt irgendwo angespielt werde, dann muss ich nicht mal Bube ziehen. Dann kann ich auch einfach die 3 Asse ziehen und dann mit der Kreuz Lusche vom Stich. Oder mit Karo Darmel vom Stich versuchen, noch einen Karo Stich hochzuspielen. Sowas in der Art. Aber natürlich, wie es dann so ist, jetzt kommt Kreuz raus. Und das ist natürlich dann jetzt doch unangenehm oder maximal dusselig, sagen wir mal. Jetzt hätte man die Kreuz 10 natürlich gerne oben oder gerne direkt 10 Augen kreuz gedrückt. Sei es drum, 13 im Keller. Kreuz König jetzt abschmeißen ist eine schlechte Idee. Auch wenn hinten noch bedient wird, weil dann kommt wahrscheinlich der 7. Kreuz. Dann lieber so auf 19. So, mit den 3 Assen wären das dann schon immerhin 52. Mit den Buben, wenn nur ein Bube kommt, mindestens 56. Wenn ein anderer Bube kommt, also schon 58. Dann müsste man, also wenn die Buben kommen, brauche ich eigentlich dann nur noch ein Bild, Karo Dame hochspielen. Also von daher denke ich, ja, Bube ziehen. Wenn die kommen, hast du sofort gewonnen. So, dann kommen sie natürlich nicht. Spieler 1 wirft einen Karo ab. Okay, ich brauche irgendwie dann noch ein bisschen Bilder, ein bisschen extra Futter. Ja, gehe ich mal von aus, dass Spieler 3, der in dem Buben hat, jetzt in der bestellten Karo 10 steht. Spieler 1 jetzt noch einen Karo mit hat. Deswegen einmal unter durch. Das kann ich mir, denke ich, erlauben. Und danach kann ich dann nach dem Karo Ass, oder was auch immer, danach werde ich ja irgendwo erst mal sehen, wie es weitergeht. Wenn er irgendwo eingespielt, kann dann Karo vorsetzen und kommen hoffentlich noch mit Peak dann im Endspiel in den Schnitt, um das extra Bild zu holen. So, erste Überraschung. Spieler 1 hat die Karo 10, hat also aus der 10 Doppellusche abgeworfen. Das heißt, Karo Ass wird dann wohl jetzt nicht mehr laufen. Das wird Spieler 3 stechen. Okay ist noch nicht unbedingt verloren, das Spiel, obwohl es jetzt natürlich langsam ein bisschen kritisch wird, wo ich nun auch ausgerendet ins blanke Herz Ass gespielt werde. Siebten Kreuz habe ich auch noch nicht gesehen. Hat Spieler 1 vielleicht aus nur Kreuz Ass König aufgeschlagen? Wäre denkbar. Jetzt kommt es halt darauf an, wenn Spieler 3, der die Buben hat, auch noch die Peak 10 hat, dann werde ich das Spiel wahrscheinlich wieder gewinnen. Es sei denn, er kann auf Herz nach vorne wieder spielen. So oder so, wir müssen uns das jetzt mal angucken. Ja erstmal, da ist der letzte Kreuz. Und da geht die Peak 10 rein. Das war ja ein komisches Ausspiel aus nur Ass König. Aber ausgerechnet in dem Fall ist es mir jetzt zum Verhängnis geworden. Die Karte stand jetzt für mich maximal schlecht. Die Buben zusammen. Kreuz kam raus aus dem Zwilling nur. Dann blankes Herz Ass getroffen. Ja, ich weiß nicht. Das ist so ein krank. Meistens funktioniert er. Aber wie wir hier sehen, nicht immer. Habe ich die nun schlecht gespielt? Hätte ich auch von oben ziehen sollen. Gut, blank mir für sich erstmal auch noch nicht. Also naja, bisschen Unglücklichheit. Den spiele ich immer wieder. Da machen wir keine Gedanken. Aber guckt euch das an. Ärgerlich. Jetzt kommt doch noch Material. Den hätte ich ja jetzt auch noch gereizt, wenn ich nicht so mausetot jetzt stände. Aber bei zwei Verlorenen habe ich jetzt kein Interesse. Da können die anderen gerne auch noch mal spielen. Das dritte ist übrigens auch ganz schön teuer geworden. Hier, Abreizgeld aus Disziplinargründen. Kostet das glaube ich dann schon zwei Euro oder so. Das riskiere ich dann auch nicht mehr. Ja, und dann guckt man sich eben einen Null an. Mit drei Assen und ein Buben. Und einer Zehn. Vier volle und ein Buben. Und ich, wir müssen null spielen. Ist das nicht manchmal ... Vielleicht hätte ich doch mal reizen sollen. Also null wollte ich ja nun nicht sehen. Jetzt hat sieben. Was ist das denn für ein Zug? Abwurf, Peak, neun. Ich denke, das war's. Da geht wohl nicht mehr was. Es sei denn, er hat jetzt die Hand voll Piken, will uns mit der neun schon bluffen, hat trotzdem noch zehn König, weiß ich was, in Peak vier Stück oder so. Das guck ich mir mal einmal an. Aber dann hätte mein Partner wohl auch den Blanken gespielt. Nee. Ja Mensch. Das war ja irgendwie nix. Naja. Kann ich doch jetzt mal gucken. Wer macht denn hier jetzt eigentlich das Rennen? Die sind ganz dicht zusammen. Spieler 1 und Spieler 3. Das ist auch immer links und rechts. 3,94 gegen 3,76. Noch hat Spieler 1 die Nase vorn. Ja, und sie geben auch nicht auf. Sie duellieren sich. Ich, ich sag mal, ich zieh mich zurück an die Seitenlinie und guck mir das jetzt nochmal an. Da kannst nichts machen. Und eben im Chat, da haben sie es noch geschrieben, zieht der Meerjungfrau die Flossen aus, reicht ihr Schwimmflügel in jeder bedenklichen Art und Weise. Wurde ich da schon gedisst? Ja, äh, eigentlich wollte ich es da den, äh, ja, den bösen Zungen heimzahlen. Aber das hat nichts gebracht, das hat nichts genützt. Gut, ich mein, dieser Pik hier, das seht ihr, der wird ja völlig chancenlos beerdigt. Der musste, hat Herz 10 bestellt und Kreuz Ass zu dritt hohl. Also der hat gegen meine vier Trumpen farbefrei keine Chance, obwohl er Herz 10 heimkriegt. Damit würde ich sagen, hat Spieler 1 hier die Initiative und jetzt kriege ich nochmal zwei Boom und Drache. Meine Güte, wo hätte ich sein können, wenn ich denn diesen Gang irgendwie anders spiele oder drücke? Wo hätte ich sein können? Spiel 10 hätte ich sie ja auch noch gemacht. Und ansonsten, wenn du jetzt noch den Nulluver so rausrechnest, nach dem Motto im Nachhinein, den hätte man vielleicht nicht reizen sollen, da hätte ja ein Bombenergebnis rauskommen können. Hätte, hätte und in der Realität irgendwie sowas wie 3 zu 2 oder so ein Murks. Na gut, und dieses Ding muss ich ja auch erst nochmal gewinnen. Da kommen sie schon wieder unter den Assen raus. Ich bin jetzt mal trotzdem optimistisch, dass Trumpf ordentlich steht, das stimmt auch. Ja gut, da wollen wir wenigstens jetzt nochmal versuchen, ob wir den Schneider kriegen. So, Trumpf ist raus, es fehlt nur noch ein Kreuz. Der sitzt bei Spieler 1, der gerade hier Herz-Lusche abgebrochen hat. Also wahrscheinlich hat Spieler 3 noch mindestens 2 oder 3 Herzen. Ich kann hier also einen Unterdurchzug mehr erlauben. Selbst wenn Spieler 1 rankommt, kann er nur noch das Kreuz erst ziehen. So muss er aber die Lusche bedienen, alles wie geplant. Dann verabschiede ich mich hier mit einem Schneiderspiel in den Feierabend. Und was sehen wir noch? Ja, Spieler 1 hat's gerockt, 434. Spieler 3, 282, auch schon eher schlapp. Und ich nur 150. Naja, alles versucht, viel in die Hose gegangen. Experimentieren ist aber beim Skat auch die halbe Miete, hat also Spaß gemacht. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Wiedersehen mit einem neuen Video. Diesmal hoffentlich wieder am Wochenende. Bis dahin, wie immer, gut bleibt. Auf Wiedersehen.